Wenn meine Mutter hexen könnte, dann müsste sie mit dem Regiment nach Frankreich überein beziehen und werden im Marketendal bin. Im Lager wohl um Mitternacht, wenn niemand auf ist als die Wacht und alle schnarchen, Ross und Mann, vor meiner Trommel säß ich dann. Die Trommel ist eine Schüssel sein, ein warmes Sauerkrauterein, die Schlägen wässern und gaben eine lange Wurst, ein Zahme. Mein Schalter wär ein Hundegut, den füll ich mit Burgunder Blut. Und weil es mir am Lichte fehlt, da scheint der Mond in meine Zeit. Scheint ihr auch auf Französcher rein, mir fällt doch meine Liebste ein. Ach wie, ach wie, ach wie, 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 jetzt hat der Spaß ein Ende. Wenn meine Mutter hexen könnte, wenn meine Mutter hexen könnte. Applaus Applaus Applaus